Guten Tag, liebe Gemeinde, liebe Sanges- und Musizierfreudige. Wie schon so häufig begleite ich euch heute mal wieder zu einem Choral, und zwar zu Nummer 170, Komm her, segne uns. Ein segensreicher Text also, in dem es auch um das Teilen und ums Friedenstiften geht. Ja, unsere Welt könnte ein wenig Umverteilung sicher nicht schaden, das könnte sie sicher verkraften. Und auch auf Kriege könnte man mehr verzichten und auf die Gier, die dahinter steckt, nach mehr Territorien und Ressourcen. Ein bisschen mehr Bescheidenheit wäre sicher daher manchmal angebracht. Auch wenn es heißt, Bescheidenheit ist eine Zier und es geht auch ohne ihr. Ja, in diesem Sinne meine Gedanken zu diesem Choraltext. Sie und ihr macht euch bestimmt ganz eure eigenen. In diesem Sinne viel Sangeskraft, Musizierfreude und eine segensreiche Zeit. Ihre, eure Claudia Kusch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020